Hi und herzlich willkommen bei mir, Koeman Let's Blaze und in einer weiteren Folge Minecraft. Lass uns hier kurz zubauen. Sehr schön. Also, ja, was machen wir denn? Wir haben letztes Mal mit dem Bau einer automatischen Anlage fürs Tour begonnen. Und heute machen wir hier ein bisschen weiter. Glaub ich, habe ich das noch richtig hier? Bin mir gar nicht mehr so sicher. Drei tief, drei tief. Das müsste eigentlich gehen. Ich glaube, das geht. So, das nehmen wir noch weg. Dass wir hier ein bisschen Spiel haben. Dann haben wir Redstone mit dabei. Lass mich nochmal überlegen. Wie mache ich das jetzt? Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert so oder nicht. Na komm. Das finden wir schon noch raus. Gut. Immerhin ist es jetzt zu von unten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich hier so buddel... Aber dass ich da die Hühle angezeigt bekomme. Zwei Lavaseen. Hier müssen wir eigentlich sich den Gedanken machen, ob wir da nicht runterkommen in die Hühlen, wo wir waren. Das ist ja alles ein bisschen auf der selben Ebene. Wo sind wir denn jetzt? Puh. Also, lass mal gucken. 57er Höhe. Sehr schön. Sehr schön. Wie ist es denn? Wo sehe ich eigentlich die Frames per Second? FPS? 30. Warum nur 30? Kann ich das nicht einstellen? Höher? Ah. Video Settings. Habe ich hier irgendwo Limitationen? Kann man das irgendjemand in den Chat schreiben oder so? Eigentlich muss ich hier viel mehr Frames per Second haben. Music Sound Control Chat Setting. Das wäre schon hier. 30 Chunks, Gui Scale, Shades, Details. Das war das. Performance. Smooth FPS. Smooth FPS. Smooth FPS. Most on. FPS Stabilization. Pass 3 Ender. Wo kann ich das? Ah, Qualität. Und diese Tropisch? Lustig. Ich dachte, ich mache hier viel mehr Other. Hm. Das müssen wir mal angucken. Mal 30 Frames per Second. Scheint mir doch ein bisschen wenig. Für das, was ich jetzt hier für Hardware dahinter habe. gut. Gut. Also. Dann wäre das eigentlich gut soweit. Hier hätten wir... Das muss ich von oben noch finalisieren. Und dann kann ich dann Fences machen. Für Fences brauche ich wieder Holz. Ich hätte einfach besser vorbereiten sollen. Ich bin hier relativ unvorbereit so reingegangen. Redstone. Lass mich mal gucken. Ne, ne, das geht sich schon aus. Mhm. Mhm. Ja, ich gucke das nochmal an im nächsten Video. Ich mache hier unten... Ich habe hier unten eine Kiste. Oder hier oben. Wo ist sie? Hier oben habe ich eine Kiste. In diese Kiste schmeiße ich mal alles, was ich hier so ein bisschen brauche. Steine sind wichtig. Gravel ist wichtig. Brennt. Brennt. Genau. Ähm. Was sollte ich sagen? Genau. Warte jetzt. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ja, Eisen vielleicht nicht unbedingt. Die Pistons, die zwei Stück. Die nehmen wir mit. Oder lassen wir hier. So. Dann. Was haben wir hier gesagt? M, M, M. Das. Das, das. Zwei habe ich schon von 21. Das heißt, ich muss noch 19 bauen. Komm. Machen wir kurz einen Prozess hier. Oh, ist der heiß? Bekommt ihr warm? Ihr lieben Leute. Jetzt habe ich das Gravel natürlich liegen lassen. Schlecht. Lass mich nochmal ein bisschen essen. Also. Das war's. zwei, drei hoch. Das heißt, hier kann ich dann nochmal ausheben. Das wäre dann wirklich die letzte Reihe hier. Die muss ich nochmal korrigieren. Gehen wir schnell heim. 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 Das Pferd. Das müssen wir dann auch immer noch, äh... Wie heißt's? Zähm. Schon wieder acht Minuten durch. Wir kommen ab und zu einfach nicht voran. Aber vielleicht einfach, weil ich zu viel spreche und mich zu wenig konzentriere. Ich weiß es nicht. Möglich ist es. Haben wir hier was? Entschuldigung. Irgendwie habe ich einfach... Ich habe das Gefühl, irgendwas habe ich falsch gemacht. Mir wird das Gefühl nicht los. Aber... Was soll's. Wir finden da schon noch raus. So. Noch eins runter. Wir brauchen Holz. War das hier? Na, dann nehmen wir das hier. Kommen wir mal drei Stacks mit. Ist besser. So. 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 Dann ist das hier alles durch schon. Sehr schön. Ich muss mal die Levels brauchen. Da hat Hanabi recht. In den Kommentaren vom letzten Video. Für das müsste ich aber wieder mal zur Kuhfabrik. Und das traue ich mich irgendwie nicht, wenn Hanabi zuguckt. Aber ist okay. Vielleicht nächstes Mal. Gut. Also. Lass mal überlegen. Wir brauchen Fences. Sie brauchen sowas, was wir hier haben. Einfach in... In Holz. Hm? Wood saw. So. Also einmal das hier. Fences. Also jetzt haben wir da drei hoch. Drei mal sieben. Wieder 21. So. 21. Das passt. Dann haben wir hier Pisten. Pistolen. Was fehlt uns? Holz. Holz. Holz haben wir doch. Redstone. Super. Haben wir doch irgendwie hier noch Redstone rumliegen. Echt. Nergens. Echt nergens. Echt nergens. Ne. Redstone müsste irgendwie hier sein. Ich brauche hier dringend mal Beschriftung. So. Jetzt haben wir wieder keinen Platz. So. 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 Und dann Pisten. Was denn? Ach echt. Das ist doch lausig hier. 19 Stück. 17. Von was haben wir zu wenig? Eisen haben wir. Cobblestone. So. Der klassische Sturzflug wieder. Piston. Piston. 17. Zwei sind drüben. Nehmen wir noch zwei mit. Super. Also das müsste aus sich ausgehen jetzt so. Das ist okay. Na super. Fensters hätten wir noch gehabt. Lass mich hier das ein bisschen wegtun. Das auch. Ich glaube von denen nehmen wir noch ein paar mit. Für den Schönheitsausbau. Emeralds lassen wir noch hier. Das ist okay. Muss man einfach alles hier auch mal sortieren was wir haben. Also. Wie viel Zeit haben wir noch? Gut. Ich glaube wir nehmen den Zug. Aber sieht geil aus. Das Lager unten in der Map. Eigentlich cool. So. Dann. Linie 3 bitte. Einsteigen. Mal gucken. Ob ich hier schön in der Mitte bin. Da müssen schon noch einige Höhlen sein. Wenn ich so die Map angucke. Haben wir hier nur einen Bruchteil. Gut. Das war das hier. Das ist schön so. Nochmal für den Weisen. Nochmal für den Weisen. Wir haben. Aber da geht noch ein bisschen was. Warum Fanskate? Habe ich Fanskates gemacht? Ne. Ich Idiot. Ich Idiot. Das ist doch unglaublich. Echt. Der Kuhmann wieder. Jetzt gehen wir nochmal in Sicherheit. Also heute ist schon das absolute Konzentrationsleck. Gut. Dann machen wir nochmal. Ich brauche den Bastelkasten. Gut. Und. So. Kann passieren, gell? Kann ich das wieder umbauen? Ne. Natürlich nicht. Nein, 20. Komm. Nein, 20, komm. Nein, 20, komm. Nein, 20, komm. Nein, 20, komm. Kommen sie schon? Das ist genau eins. Hier. Und hier. Kommt gut. So. Und dann. Das lassen wir. Mal noch von den Steinen hier. Das erste lassen. Das zweite nicht mehr. Und dann. das mal so. War noch mehr von den Steinen? Ja. Schön. Dann habe ich noch Holz da. Drei hoch ist schon ein bisschen schlecht. Und wir machen das so. Wir machen das vier hoch. Die Seite, die brauche ich noch mal. Sieben von den Gates. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Schön. Ja, wir haben eben Baufehler, habe ich bemerkt. Somit ist es auch okay. Ich würde mal sagen, wir müssen hier gewisse Dinge nochmal neu machen. Weil wir haben Baufehler. Ein Zielfehler habe ich. Ja. 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 Dann wird mal, machen wir es so. Dann muss ich das hier alles nochmal eins reinsetzen. Habe ich denn noch genug Platz im Moment da? So. So. So noch etwas. Die Monster AG ist auch da, höre ich. Hier weg. Dann Fensgate. Habe ich, glaube ich, ein, zwei. Dachte ich mir. Jetzt haben wir den Baufehler wenigstens korrigiert. Schön. Es ist wie Lego spielen. Das muss ich alles nochmal angucken hier. Aber erst in der nächsten Folge. Nee. Ich Idiot. So. Also, nächstes Mal. Stufe 3. Immerhin. Immerhin die Basis steht jetzt schon fast. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier automatisieren können. Aber, na, das machen wir gemeinsam. Komm, ich warte auf dich. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.